Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Montag, dem 31. Mai 2021, dem letzten Tag in diesem Mai, in diesem Jahr, wer hätte das gedacht, mit der Geek Talk Daily 1011. Heute mit den folgenden vier Themen Procreate, Podcast Abonnement, Whatsapp und iPad Pro 2000 und 21. Und dann gibt es noch zwei kleine Videotipps. Zuallererst geht es eben zu Procreate. Wer ein neues iPad hat, aber auch bei den Eltern hat es Auswirkungen, aber vor allem beim neuen iPad ist es so, die Procreate App ist eine der beliebtesten Zeichen- und Kreativ-Apps, die es unter dem Apple-Ökosystem gibt, fürs Zeichnen, direkt am Tablet, mit oder ohne Stift, im besten Fall natürlich mit einem Stift, egal ob der von Apple oder Logitech etc. Da lässt sich schön damit gestalterisch sein. Meine Tochter, die selber auch fleissig malt und zeichnet, nutzt die App auch sehr gerne und ist begeistert davon. Die hat jetzt ein Update bekommen, eben für das genannte neue iPad Pro, vor allem das mit dem 12,9 Zoll Grösse, denn das hat ja ein M1-Chip intern und somit ist eben das Update vor allem in die Richtung ausgelegt, um die volle Bandbreite abzuholen können, also mehr rauszukitzeln und dann mehr zu kritzeln können oder malen oder zeichnen oder was auch immer. Dann gibt es Neuigkeiten zu den Podcast Abonnements von Apple. Da ist nämlich das Ganze verschoben worden mit dem Start, was ja eigentlich im Mai hätte sein sollen. Wir haben in der letzten News-Folge vom Geek Talk, dem Motor-Format hiervon, darüber gesprochen. Das startet jetzt im Monat Juni. Das heisst, es wird nicht jetzt eben mit dem letzten iOS-App ausgeliefert, wie viele verhofft oder erwartet hätten. Es könnte sein, dass es 14-7 wird, 14-6-1, was auch immer. Ihr dürft gespannt sein und bald schon ein bisschen Geld in Richtung der ganzen Podcast-Produzenten werfen, wenn ihr dann mögt. Weiter geht's mit WhatsApp und da bedanke ich mich bei all euch, die sich, wie ich auch, immer wieder gegen dieses Blöde, darf ich dich ausspionieren, Zeugs von WhatsApp gewährt haben und das Ganze nicht akzeptiert haben. Auch wenn Facebook und Herr Zuckerberg mit Liebesentzug und die App könnte bald nicht mehr kostenlos sein, weil es ja so teuer ist und blablabla. Es haben genügend Leute da immer wieder das Ganze abgelehnt und das hat zur Folge, dass Facebook eingeknickt ist. Man wird vorerst zumindest keine Einschränkungen liefern für diejenigen, die das nicht akzeptieren. Dankeschön und macht weiter so. Immer wieder wegdrücken dieses Zeugs. Dann habe ich euch, weil letzte Woche ist er eingetroffen, mein neues iPad Pro 2021, das 12,9 Zoll iPad. Ein kleiner Artikel dazu niedergeschrieben, was das Teil kann, wo ich interessante Möglichkeiten sehe und wofür ich es brauchen werde. Das könnt ihr in den Show Notes auf daily.tiktok.ch oder im Podcatcher eures Vertrauens nachschauen und anklicken. Auch anschauen und anklicken könnt ihr meine zwei neuesten Videos. Das eine ist im Bereich des Podcastings mit dem Shure MVI, geht aber natürlich auch für Musiker. Ein kompaktes Audiointerface fürs Podcasten. Und das zweite ist ein kleines Tutorial, das ich relativ spontan aufgezeichnet habe, weil mir ein Zuschauer eine Möglichkeit weitergeschickt hat. Danke nochmals an der Stelle an Daniel. Ich weiss, er hört diesen Podcast auch. Genau, und da zeige ich euch, wie ihr ganz einfach mit einem, schaut am besten selber rein, eine smarte Türklingel basteln könnt, ohne viel Geld auszugeben. Das war es dann auch schon. Genügend der Eigenwerbung. Ich wünsche euch einen schönen Start in diese neue Woche. Und wenn ihr euch mögt, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.